Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Child of Light. Ich setz mal einen roten, die das macht. Werden wir heute nur zwei schaffen. Mach's eben. Und das geht um hier zu einer Mission. Ich habe mich wohl zu creieren. Ich habe nicht mehr die Vorstellungen. Es gibt keinen Fallen. Ich habe keine Vorstellungen. Ich habe eben diese Vorstellungen, die bei ihnen auszuholen und die Kälte hinzuholen. Ich habe sie nicht mehr können. Ich habe das Aufr watt. Ich habe ein Fallen, dass ich da so weiterentwickelt. Ich habe Nungen mit den Vorstellungen in Vorstellungen nicht gemacht. Oh, 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 oh. Merkur! Schade! Hoffentlich setzt er sich zurück. Dann bin ich nicht verloren. Vielleicht bin ich lieber verteidigt. Was ist das schon tot? Was ist das denn? Ist das nicht so anstrengend? Ich muss den Weg noch einmal hinternehmen und dann ruhig zu der anderen Blitz. Lass mich nicht so anstrengend. Es ist nicht so anstrengend. Ich bin wirklich nicht so anstrengend. Das ist nicht so anstrengend. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Das war's für heute. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Das war's für heute. Ja, jetzt kann ich mich nicht mal heilen, weil ich mal so einen Scheiß machen muss. Ja, die Runde lief wirklich besser. Ja, jede Runde ist anders. Eine Runde wird mal so sein und ich dann gewinne. So, da die letzten Jahre lieber 20 Minuten gedauert, dann hier so kurz. Merkt man schon, dass es noch vorige Runde besser war. Ja, jetzt ist es vorbei. Aber ich mach jetzt auch keine Runde mehr, weil ich es eh nicht schaff und deswegen, wie es in der nächsten Folge weiter geht, das seht ihr dann beim nächsten Mal. Und hoffentlich haben wir das eines Tages beim Part 50 oder so. Ne, es war ja Spaß, aber hoffentlich packen wir es irgendwann mal. Gut, bis zum nächsten Mal dann. Und tschüss. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann.